Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops. So, ach komm! Ey hallo, ich war auch drin! Ich hab schon lange kein Spiel mehr gespielt, was mich so krass aufgeregt hat. Ach, sehr gut. Die Scheintwerfer nicht fern. Wisst ihr, der sieht mich auf einmal, da wenn ich zurück bin, safe und dann sieht er mich wieder, bzw. er schießt einfach durch den Container durch, ist klar. Jetzt, schnell! Was, wohin? Das sind über viele. Ich packe ihn hier! Was? Lol, in seinen Arm. Der hat noch geblockt! Oha! Das hätte ein Problem werden können, wenn er hier... Gut, mein Freund, folgen Sie mir! Der Hubschrauber kommt wieder zurück! Wir brauchen ein anderes Versteck! Moment! Bleiben Sie wo Sie sind! Ja, ist schon klar, dass ich nicht losrenne, wenn das Licht erscheint, du Lappen! Er hat uns nicht gesehen! Du sagst nicht! Sonst wären wir nicht mehr am Leben! Wir haben hier eine AK-47U. Das ist eine U, eine Schulterstütze. Keine Ahnung, was das U heißen soll. Das wäre so eine Art Kompaktversion. Lol! Möwen! Möwen! Komm mal her! Komm mal her, mein Freund! Jawohl! Der ist vom LKW gefallen! Wie er lacht... GOOT! Häh! Häh! Ach, komm schon... Ey, Leiter! Ich! Reiß dich aus der Wand! wow the fuck was that shit warum gut lass mich grad abseilen yay ah, den Kabel, nicht schlecht also, das macht er selber, alleine auf ohne Probleme ey, hallo, ich hab mir den Schädel geballert ist ihm völlig egal ah, das ist eine AK-74 nicht 47 reflex, oh nice, will ich haben will ich haben kann mich verlesen ich mag keine Affen, alle finden Affen süß, ich nicht keine Ahnung, warum ich mag die Viecher einfach nicht hier, fless das oh, kannst du mal aufhören auf mich zu schießen, Mann der ist doch, du unfähiges Stück Dreck, oder was macht der da was macht der schaut es euch an schaut es euch an fuck ja, was ist mit dir los hör mal auf, hier zu Schrotflinden was ist denn das da für den Clown hä hä ah, da hinten schießt er da wie ist das hier war, einer lol, Schweine oh, Schweinchen okay, hier lang, oder? sieht so aus, zumindest ne, sah nur so aus oh, arme Schweinchen ihr werdet hier geschlachtet, oder was? der ballert mir direkt in die Fresse und trifft nicht das, ey die Hitbox hier, oder was auch immer für zuständig ist, ist einfach nur lächerlich da auch manchmal treffen die aus unmöglichsten Winkeln äh 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 ja, das ist alles ziemlich verzögert, was der hier labert lade nach, werfe Granate, macht alles nachdem man es schon lange gemacht hat Scheiße, da kann ich nicht durchschießen ähm das tut doch nicht Not, ey, diese Gewalt immer Hä, ich hieß ja gar nichts wow boi äh äh doch auf einmal okay aber nur wenn der Rest noch da ist, oder was? bringen wir es zu Ende ja, mal auf hier du siehst du siehst du siehst, ist klar du siehst uns immer noch nicht, ist klar Ich kenne sie, Vorkuta. Sie wissen nicht, was wir ihnen angetan haben. Halt was mit den Augen los. Ihre Sünde hat vielen guten Männern das Leben gekostet. Es reicht. Mich zu töten wird Nova nicht aufhalten. Ist da draußen irren Soldaten rum? Ist mir egal. Man kann nichts tun, oder was? Ist Viktor Reznov. Nein. Und ich werde meine Rache bekommen. Ich schwöre bei Gott, dass Steiner so gestorben ist. Reznov hat ihn vor meinen Augen getötet. Sie lügen Mason. Sie haben Steiner getötet. Sie waren es. Reznov hat genau das bekommen, was er wollte. Sind wir vielleicht Reznov? Wir haben den Bericht gesehen, Mason. Reznov hat Steiner nicht getötet. Hudson sah, was passiert ist. Weaver. Ja, Hans. Immer noch nichts von Mason. Wir müssen bis zur Forschungsanrichtung und Steiner holen. Genki-Trupp, los geht's. Alpha-Trupp, los geht's. Versteigen Sie, es geht los. Jetzt spielen wir so als Hudson. Okay. Halten Sie L-Maus, MGs, 4G, was? Oh, Leute. Sie haben bereits mit der Evaprierung begonnen. Die Raketenwerfer aufschalten. Auf dem Dach. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Ey. Feind erledigt. Bestätigte Angst. Er ist tot. Feind erledigt. Das ist ein fette Panzer. Die gefallen mir. Oh boy. Ach du Kacke. Uh, wir brennen. Die Aufklärung meldet sich an. Sie richten unsere Position her. Fürstatt, hauen wir an. Ach du Kacke. Ey, bin ich denn der Einzige hier, der schießt? Ziel ausgeschaltet. Ziel erledigt. Ach du Kacke. Wir sind bald am Arsch. In Deckung. Er hat uns anvisiert. Oh, Achtung! 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 Na so, das musste so sein. Geil. Boah, das haben die nicht viel Klamatten an. Aber jetzt hier Anzüge. Oh boy. Gut, dass wir die haben. Nicht, nicht, nicht. Nicht, nicht, nicht. Eben. Ah, Achtung! Ja, Achtung! Ja, Achtung! Ja, Achtung! Ja, Achtung! Wenn wir einmal getroffen werden, sind wir so am Arsch oder was? Ja, anscheinend nicht, ich wurde eben schon getroffen. Ja, anscheinend nicht, ich wurde eben schon getroffen. Ja, anscheinend nicht, ich wurde eben schon getroffen. Hinter dir! Ja! Boah! Ja, geil, man. Einzug ist schon am Arsch. Scheiß auf den Hundrupp. Einfach durchwenden. Oh boy. Rund auf der Straße, okay. Okay, rein da. Der Yankee-Trupp hat den westlichen Bereich gesichert. Weiter nach Norden! Weiter nach hinten! Die Stegatte entlang! Die Stugeladierung! S25! Valko! Und die Stimme, die Stimme, der Wind! Die Stimme! Und die Stimme, der Wind! Der Wind! Herz! Du kackig! Die haben ja hier alles schon voll gegast! ja auch die kacke wie viele ich fühlte es wird nichts Schussentzug hat ein Loch, sie sind mit Nova 6 in Kontakt gekommen, ja herzlichen Glückwunsch. Ja von hier ist klar Bro, der Yankee Trupp kann sich mal verziehen. Zielt hier nicht irgendeiner außer mir wirklich? Was, wie, wer, wo? Da. Wuhuuu. Ok, wir werden da. Äh, immer zur Flanke. Ach du Kacke. Scheiße Krieg. Easy hat nix, ne. Oh boy, mein Hand sitzt bald wieder am Arsch. Oh man. Ja ja, ich hab verstanden, ich bin tot. Hey, wie soll man dieses Game, der aufhängt durch in anderen Schwierigkeitsstufen noch durchzocken. Das ist ja da. Wir müssen ja Kontrollarbeit drauf gehen ohne Ende. Ey, willst du mich verarschen? Ich spawne jetzt hier auf einmal. Wir leben noch, Hatzin, aber wir sitzen in der Falle. Sie sind auf der Ausfahrt. Ja, ja, scheiß auf die Falle. Hey, Attacke. Oh fuck. Soll ich vielleicht wieder rein. Hatzin, benutzen Sie die Streller für die Helikopter. Was für ein Ding? Zwei von zwei übrig. Hatzin, Sie müssen diese Helikopter ausschalten. Womit? Mit meinem verschissenen Granatwerfer? Ne, das ist ne Schwulflinte. Verdammt, Hatzin. Wir sitzen hier fest, bis wir diese Helikopter ausschalten. Ach so, okay. Jetzt. Hatzin, Sie müssen diese Helikopter ausschalten. Womit! 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 Eins weg! GưỾ��! Zwei! Komm herhän hier. Ey ich komm in mein Sichtfeld! weg mit dir geht doch aber wenigstens wurde meiner zu viele geheilt sozusagen was jetzt ausrücken oder in deckung bleiben hast du mich angeschossen Junge alles wort schon in kambodscha weg damit ohrmann ich will gar nichts sagen ich könnte halt nur schimpfen über dieses game ich könnte nur schreien und die hersteller und spieler von beleidigen was ist das für ein weißer scheiß ziel erledigt feind erledigt auch mir gelang sind die munition aus was darlos sowas gab es noch nie zum teufels herzen 13 batronen egal ich nehme das ding jetzt ach so da oben ist ein mg ach komm schon hat man mir einen großen c geschossen und bin ich daran gestorben oder was ach komm schon wieder von hier ist das euer verdammter ernst ey so ein drecks game einfach nur ey wieso lebst du noch was war es hier für eine waffe die ich wechseln konnte die hier oh was ist das denn ja keine ahnung irgendeine kackwaffe fällt ja keine ahnung irgendeine kackwaffe fällt sie ist erledigt Hatsen links flackieren, dort ist Deckung! Ja, was ist mit dir los? Stirbst du drei Stunden lang oder was? Links flackieren, da ist Deckung, sagst du? Autsch! Da ist der Nächste, Schieler. Was ist mit dem los? Der rett mir einfach vor das Visier. Komm hier, Mahlzeit, lasst euch schmecken. Alles raus, was keine Miete zahlt. Warum mach ich das Ding schon wieder? Ich brauch mehr Muni! Sie sind im Laboreingang! Ah, für Kacke! Zum Glück schiebt er gerade übel. Oh, verdammt! Im Laboreingang! Ich sehe! Ziel erledigt! Bestätigter Treffer! Ziel erledigt! Was muss ich hier überhaupt machen? Da ist einer auf dem Dach! Okay! Wo schießt du, Idiot hin? Kommt der jetzt wieder unendlich, oder...? Versteht dich! Die Erledigen! Die Erledigen! Die Erführung! Die Erführung! Die Erführung! Die Erführung! Die Erführung! Am Laboreingang! Weinde! Die Erführung! Die Erführung! Die Erführung! Hey, stehen viele Leute hervor, keiner sieht die. Klar, alles kein Thema. Du Stück Scheiße Krepier! Ich warte! Ich warte! Ich bin ein und sie nicht Euhigreifizieren! Janja! Ich bin ein und sie fällt in die Schmerzen! Ich bin ein und sie auftauchen! Wir an die Schmerzen einer... Ich bin ein und sie schlossen! Komm los! Ist der Jungs tot oder was? Der Jungs ist unter uns! Ah, du kacke? Nein! F***ing grenade! Was ist das? Ah, f***! Ey! Ich hab nicht mehr gecheckt, dass es ein Feind ist! Ah, so bin ich! Ja, mit dem Ladevorgang, oder? Ah! Leute, ohne Scheiß! Am Laboreingang! Feinde! Bestimmt! Feinde erledigt! Da ist einer auf dem Dach! Das ist der Jungs! Er ist der Jungs! Ja, das ist der Jungs! Der Jungs! Der Jungs! Dach! Dach! Jage sie hoch! Scheiße, Grenade! Kontrast erledigt. Kommt auf Hoheingang! Bestellt sie in den Abschuss. Feind erledigt. Hab ihn! Leer! Und was ist? Das ist nicht sicher, aber auch. Kontrast erledigt. Steh mit der Kasse. Dort! Es gibt mich zu dem Gerät! Wo ist Regia? Geh erledigt. Hast ihn erwischt. Hier rein! Hier wird deiner sein! Hier rein! Das Biolabor ist unter uns! Wir müssen durch die Dekontamination! Mason, hier Hudson! Wir wissen, dass Sie auf der Insel der Wiedergeburt sind! Melden Sie sich, Mason! Finde mir keiner! Mason, hier Hudson! Sind Sie da? Ziel ausgeschaltet! Ziel ausgeschaltet! Hab ihn! Scheiß hast du! Ich hab ihn getötet, du Mongo! Oh, jetzt mach's schon! Was zur Hölle tut er da? Er tötet jeden zwischen sich und Steiner! Du Kacke! Lecker, lecker! Haben Sie schön aufgeschnitten, den Jungen! So, haben wir wieder mal einen Kontrollpunkt? Was bist du für eine? Oh, hier! Oh, hier! Oh, hier! Oh, hier! Baller nun, Bongo. Ich dachte, Mason war vor 20 Minuten hier. Wie können hier noch Leute übrig sein? Eins, zwei. Geiler Code. Mason! Wir müssen ihn aufhalten, sofort! Ist kugelsicher, Mason? Was tun Sie denn da? Ah, wir waren das auf der anderen Seite. LOL! Mein Name ist Viktor Reznov und ich werde... Ja, was habe ich gesagt? Der Kerl hat eine Persönlichkeitsstellung und denkt selber, dass er Reznov ist. Ja, um Spaß die Helden. Ich bin okay! Und Steiner? Der ist tot. Was ist mit Reznov, dem Deserteur? Wir müssen ihn finden! Werden wir nicht. Er war niemals hier. Ich musste es auch erst mit meinen eigenen Augen sehen. Was haben Sie mit ihm im Vokuta gemacht, Mason? Nach Steiners Tod ist Mason unsere einzige Verbindung zu den Zahlenübertragungen. Wir müssen ihn zurückbringen. Na los! Hier lang! So kommen wir zum Dock! Hier, Weaver! Wir haben das Paket und sind unterwegs! Verstanden! Wir nehmen jetzt die Docks an! Was haben die ihn angetan, Mason? Mason, man fragt. Sagen Sie, woran kann man nur glauben, wenn man von den eigenen Leuten verraten wird? Wenn alles, was man ist, was man geleistet hat, unter den Lügen und dem Verrat korrupter Menschen begraben wird. Ich werde an diesem elenden Ort sterben. Das einzige, was mich am Leben erhält, ist die Gedanke an Rache. Sie müssen aufgehalten werden, Mason. Dragovich, Kravchenko, Steiner, alle müssen sterben. Es ist zwecklos! Uns rennt die Zeit davon! Wir können jetzt nicht aufgeben! Er war im Vokuta! Er kann die Kurs übersetzen! Ja, ich kann die Kurs übersetzen. Leute, bis zum nächsten Mal, haut rein!